Hallo liebe Leute von heute und herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Folge zu Thimbleweed Park. Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen geisterhaft rüberkommen sollte, aber wir sind hier noch im Geist von Franklin, würde ich schon fast sagen. Und wir haben es geschafft in das Penthouse zu gelangen, aber der Savior steht uns hier noch im Weg. Und wir können hier auch noch nicht in den Geheimraum rein. Und ich würde mal sagen, soweit so gut fürs Erste. Ich wechsle mal wieder zu einem der anderen Charaktere. Die Frage ist, zu wem allerdings? Wie kommen wir hier weiter? Wir können uns hier nochmal umschauen. Genau, da haben wir soweit alles erledigt. Also ich glaube, dass dieser Raum keine große Rolle mehr spielt. Ah, wir gucken mal eine an. Safety First Savings ist offen. Gehen wir da mal rein. Oh, sieht nett eingerichtet aus. Bank Prospekt. It's a promotional bank flyer. Open an account today and get a free toaster. Hmm. It's just after five o'clock. Okay, da ist eine Tresortür. Und da ist wieder ein Staubkorn. Schreckmaschine hier vorne. Sehr schön. Hallo, Safety First Savings. Dein Geld ist in unseren Handeln. Ich sollte warten, bis er auf dem Telefon ist. Ich muss sie lange genug halten, um den Telefon zu trinken. Wie kann ich helfen, Sir? Are you the manager of this bank? You're quite right. I'm Mr. El Paolo, the manager of Safely First Savings. I take care of all the day-to-day operations of the bank. May I ask why the Feds are interested in my work all of a sudden? Don't worry. I'm just making conversation, Mr. El Paolo. Did you hear about the murder? Of course. It's not every day a body shows up in Thimbleweed Park. Do you think Willie did it? I'm not sure that I do. Whatever his personal problems, Willie doesn't seem like a murderer to me. I understand. But all the evidence points to him. Maybe so, but I just don't think he did it. Willie will be okay. If he didn't do it, then the courts will find him innocent. Say what you want, but it doesn't change the fact there is likely an innocent watch repairman sitting in a cell right now. Do you know anything about Chuck Edmund? He was a much-loved community figure and our bank's most loyal customer. Mr. Edmund will be sorely missed. I'm sorry for your loss. Thank you, sir. Do you know why the factory has such high-end security? In its current state, the factory is not safe to enter. Fire damage rendered the building unstable, and I'm sure the Edmunds don't want any frivolous lawsuits. But aside from that, it is my understanding the factory still contains some valuable Pillowtronics equipment. That's why we are holding the key until Mr. Edmunds' final wishes are made clear at his will reading. I see. Mmh. Okay, das ist schon mal wichtig. Goodbye, Mr. El Paolo. If you ever need savings or loan advice, feel free to drop by. Okay, was hat da sonst so alles da stehen? It's a small wooden animal figurine. What's with all the heavy breathing and moaning? These obscene phone calls are getting annoying. Okay. Rumgestöhne, okay. I think I've seen this painting somewhere before. Hmm. Billiges Gemälde, ne? Keine Ahnung. Hello, safely first savings. Your money is in our hands. Excuse me, I'm watching you. You can't just take things here. It's a bank. I'm a federal agent, and I need to confiscate this key. I don't care who you are. You'll do no such thing on my watch. Are you coming on to me? I wish I could get them to stop calling. Okay, so bekommen wir den Schlüssel nicht. Hätte ja sein können, dass er durch das Telefonat abgelenkt ist, aber nee. Ist demnach nicht so. Gut. Hat sie hier irgendetwas getan? Ich glaube nicht, ne? What can I do for you, honey? How's business? What's that supposed to mean? Just making small talk, ma'am. I don't have to answer these invasive questions. It's unconstitutional. You tell him, babe. Shut up, Dave. Are you feeling okay? You seem a little on edge, ma'am. I'm not hiding anything. And I will not stand for an interrogation without a warrant. Yeah. We plead the fifth. Shut up, Dave. You are acting really suspiciously right now. Are you sure you're okay? Nothing is going on. Why even back here? The murder case was closed, right? We just have a couple of loose ends to tie up on the admin side. Oh. Well, in that case, is there anything else I can get for you, hon? Do you know much about the pillow factory? The pillow factory? Not really. Just that it's been closed since the fire. And it was kind of the reason our town used to be awesome. Shut up, Dave. Ja, der Dave hat nicht so viel zu sagen hier. Dave tut mir irgendwie leid. Ich meine, er hat sich ja viel Mühe gegeben, Sandy damals von den Addisons zu befreien. Und natürlich vom Meteor und so. Und das ist jetzt der Tank dafür. Damit, Dave. Bye for now. Anytime. Ich werde mir definitiv hier nichts zu essen bestellen. Das hat schon gereicht. Ist hier noch etwas Staubkorn-Technisches? Nein. Okay. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn wir alle Staubkörner finden sollten. Vielleicht irgendwas Wunderbares. Ich weiß es nicht. Ist hier noch irgendetwas? Hey, da. Wir gehen über die Kälte, wo wir sprechen können. Well, hi. Welcome to Ricky's Tube Town. Oh, ich dachte, die Feds haben schon wieder verlassen. Was ist das Verlust? Was ist das Verlust und alles? Ich glaube, das wirklich Zahn. Was ist das Verlust, wenn wir alle Staubkorn-Technik? But the evidence says Willy is the killer. Oh, evidence-schmevidence. I've known Willy since I was a girl and he ran a watch repair business. And you can just bet your sweet patootie that man wouldn't hurt a fly. You really think Willy is innocent? I'm so sure he didn't do it, I would eat a hot dog from the diner if he did. And I know Dave drops them on the floor when he replaces the really pixelated ones. Ew. Exactly. Maybe I'm in denial, but I just don't see Willy as a murderer. No way, no how. I have to do this part of Dave, because it was very funny. Do you have any vacuum tube jokes? No, I don't know any vacuum tube jokes. But I do know some bakery humor from my cake shop days. Want to hear one? Why did the baker ask for an advance on his paycheck? Because he needed the dough. I love a good bakery joke. I get it, because dough is long for money. Ach ja, ähm, ja gut. Goodbye. Don't be stranger, hon. So, oh, das Telefon klingelt. Moment. It's out of order. But how is it ringing? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Na gut, dann lassen wir es doch mal klingeln. Hair today, gun tomorrow. Auch sehr gut. Ist jemand in der Spielhalle? Hallo. Oh, ist ein Staubkorn. Staubkorn. Du gehst mir. Danke. Ich hoffe, es ist nicht eines der Spiele, wo man bestimmte Staubkörner gar nicht mehr bekommt. Das wäre sehr traurig. Jetzt bräuchten wir nur noch 21 Staubkörner, oder? There's no path beyond this point. Warte mal. 20. Oh, 20 bräuchten wir nur noch. Sehr schön. Ähm, dann benutzen wir kurz die Karte. Gehen wir nochmal zu A Street. Und, da ist noch einer. Noch ein Staubkorn. Okay. Okay. So, dann gehen wir hier mal weiter. Isn't the work here a bit repetitive? Are you kidding? What makes the job so interesting is that every letter is unique. I mean, except for those mass marketing letters. And the catalogs, and the flyers, and the phone books. So, it's just like I was saying, every letter is not unique, but is important, and that's what makes the job so fascinating. Is Postal work a high-pressure job? Not really. I mean, sure, there is a never-ending river of letters and packages winging their way towards me. And yes, after the seventh paper cut of the day, the incessant hum of the tubes can get a little bit grating, and sometimes I do think I could just burn it out of the ground! Never to feed those stupid hungry pigeonholes, they're all-you-can-eat-male buffet ever again! Oh, what sweet relief! Okay, um... Sorry, where was I? You were talking about the stresses of Postal work. Oh, that's right. I wouldn't say Postal work is particularly stressful. At least not for me personally. Okay. Keep up the good work. Come back soon. The Post Office is a fascinating place. What do you think? What do you think? So, uh... So... Is there anything in there but charred trash? Filled to the brim with smelly trash. It's already slightly open. I'm not going to open it anymore. Way too smelly for me. So... So, then schauen wir mal bei Madame Morena vorbei. The Monkeypaw knows. Aber was ich nicht verstehe, wir hatten doch mal diese eigene Quest gehabt. Wegen der Pilze in der Karnisation. Anscheinend war das jetzt nicht mehr nötig gewesen. Okay. Ah, ein Staubkorn! So? Hmm. Welcome to the Thimbleweed Park, a cult bookstore, Agent Reyes. The crow flies at noon while the eagle hunts tomorrow. How is business? Couldn't be better. My store is niche enough, there's no shortage of customers traveling across the county for my wares. What kind of clients do you attract? Well, I got the usual pagans, witches, warlocks, druids, voodooins, werepersons, students of the occults, vampire slayers, and of course, game developers. I made a killing when the cryptozoologist came to town hunting for those tentacle creatures. Other than that, it's mostly Brett. That sweet survivalist boy who likes to come by for books about the Illuminati putting mind-controlled drugs into Pop-Tarts. He senses the darkness too. Are that many people really into the occult? Oh, yes. The dark arts are always popular. I mean, I didn't get into this just because I like incense and bandanas. I got enough cash stashed away to retire on a yacht in the Bahamas if I want to. I picked my job partly because I like wearing suits. What do you have on sale? We're up to our eyeballs in curios. We got books coming out the wazoo. And that's how we bring occult savings to you. Up to 50% off and two for one in our summer blowout sale. No refunds. What sort of curious do you have on sale? We're completely overstocked with the Dagger of Death. What does that do? It's a very dark occult item forged in the fires of a demonic hatred. When you stab someone in the heart with this dagger, there's a fairly good chance they will die. Wow, I just got chills. What other curious do you have in the sale? We also have these interdimensional 3D glasses to unpixel your world. Put these on at your own risk and be warned. The controls are clunkier and the graphics are terrible. Sounds scary. Goodbye mistress of the dark arts. Leiter. Ziehen. That's as far to the left that it moves. I'll have to push it to move it to the right. Könnten wir auch uns umschauen. War da was mit E.T.? Warte mal, da war doch irgendetwas auf deutsch, oder nicht? Hmmm... Alter, wie... War da was mit Indiana Jones? Jede Menge, jede Menge Bücher. Wie hoch ist das hier eigentlich? Hilfe! Oh, was ist das? Verfluchtes Buch? Das Buch bräuchten wir doch. Auflage 3, Überarbeitung 2. Ah, okay. Legen Sie das Buch der Toten auf einen geprüften, offiziell lizenzierten Altar. Die Nutzung eines nicht geprüften Altars kann zu vier Funktionen und oder Verletzungen führen. Okay. Bitte platzieren Sie ein lebendes Objekt, welches in der Nähe des Grabes gefunden wurde, das Sie besuchen wollen. Wenn das lebende Objekt ein Bewusstsein besitzt, sorgen Sie für eine sachgerechte Fixierung. Rezitieren Sie die Worte aus Appendix A in Richtung des Buch der Toten. Sollte Appendix A fehlen, decken Sie sich etwas aus. Ist eigentlich egal. Ab drei Jahren kann verschluckbare Kleinteile enthalten. Copyright 1265 bis 1987. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf kopiert werden. Weder physisch noch spirituell. Ohne schriftliche Bestätigung des Autoren, ob lebend oder tot. Okay, das ist wichtig für das eine Ritual. Später im Penthouse. Ja, das war ganz gut gewesen, da mal hochzuklettern. Das müssen wir wieder ganz nach oben. Äh, ganz nach oben. Ganz nach unten. Genau das Gegenteil. Aber kann man sich hier nochmal umschauen? Hallo. Okay. Was ist hier? Staubchor? Nein? Okay. Gut. Dann würde ich sagen, war es das hier erstmal. Aber wir müssen immer noch zu dieser Ausstellung. Und irgendwie... into the factory to figure out what caused Uncle Chuck to go crazy. Ja, das wollen alle irgendwie. Ähm, aber... Wir müssen immer noch irgendwie... an die Tickets für die... äh... für die Conran kommen. Frage ist nur... Wie? Hm. Wir müssen... korrupt our hostile takeover nonstop music with this important message. The feds are watching us. Make no mistake about it. The only... So, dann lasst mich mal kurz überlegen. Wir haben hier diese Vakuum-Höre. It's a TX-1138 tube. All fresh and shiny. Hi there. Hä? Achso, ich hätte mit Ransom gesprochen. So, das heißt, da ist aktuell niemand erreichbar, ne? Dann sollst du mal Richtung Menschen-Menschen laufen. Wenn du das darfst, überhaupt. Ich kann das von hier nicht machen. Wicht, helft dir? Dein Knapp helft dir hier. Ich bin gut an den Dicken. Vielleicht sollte ich einen Muckler-Rug für dich und dich in den. Oh, ja? Dann f*** dich! Okay, das geht so nicht, weil er gleich rausgeworfen wird. Okay. Dann muss Delores hin. Oh Mann, hätte ja einfacher sein können, ne? Aber nee. Dann werden wir gleich hier so schon... Das ist er wieder. Okay. Dann wieder hier hin. Denn ich meine, wenn wir dort anrufen... Stopp. Wir brauchen die Nummer. 7286. Genau. Ich meine, es muss doch ein Grund dafür haben. Warte mal. Das ist Onkel Chucks Index Tron 3000. Okay, das ist jetzt nicht relevant gewesen. Ups. Ich glaube, das ist wirklich so als Abkürzung vorgesehen. Es ist ein TX-1138-Tube. In perfekten Kondition. Es ist ein TX-1138-Tube. All fresh and shiny. Okay. Okay, das macht da keinen Sinn. Ich dachte gerade noch im Dunkeln. Weil, wie gesagt, wir müssen ja... Was haben wir eigentlich noch mal hier? Okay. Und der kloppt noch immer sinnlos durch die Gegend. Das finde ich sehr witzig. Es ist ein LFG-1982-Tube. In perfekter Kondition. Ja, aber wir können da aber trotzdem nicht anrufen. Also das ist... Hm. Hm, hm, hm. Gut. Sollen wir das Ding noch mal anschließen? Ich glaube schon, ne? KSCUM's Phone-System is now rebooting. Moment. Dann... Müssen wir doch telefonieren können, ne? Wenn die Leute nicht durchgekommen sind... Ich hoffe es. Digga! Gramm! Immer schön. Gramm, gram, gram. So. Ähm... 7286? Ach, du ahnst es nicht. Hm. War das Pompeji? Oh, I'm sorry. That's not the right answer. Here's your second question. Name the American who won four gold medals at the 1984 Olympics. Müsste das nicht Karl-Louis gewesen sein? You got it right! And your final question. Finish this popular political ad-slogan. Where's the link? Ach, das ist hier von der Keks-Werbung, glaube ich. Damit sie morgen noch kräftig zubeißen können. Oh nein, das war hier von der Zahnpasta. Ich weiß aber jetzt nicht von welcher Firma. Muss ich nochmal gucken. You got it! Let's see how you did it. You got two out of three. Close enough for a win. You win four ThimbleCon 87 Tickets. You can pick them up at the Edmund Hotel front desk. What's your name? Äh... My name? Richard Nixon auch nicht schlecht. Okay, das war einfacher als gedacht. Da habe ich das echt ein bisschen unnötig kompliziert gemacht, aber okay. Ähm... Dann gehen wir damit Richtung Hotel. Und dann holen wir uns die Tickets ab. Das wollte ich mir jetzt nicht anschauen. Hallo, Dolores. Wie schön Sie heute sehen. Wie kann ich Abu von Service sein? Did you see my dad just before he disappeared? I saw him, but I don't know Abu what happened to him. Funny thing, Abu, though. Yes? Please, tell me everything. That same day, a man with a large nose, Abu, checked in and disappeared. Weird. Dad's nose isn't big, and you know what dad looks like. How else may I be Abu of Service? How's business been going? In this town? Always slow. You know how it is. Well, ThimbleCon Abu just opened to record crowds. How else may I be Abu of Service? There should be some ThimbleCon tickets in my nickname. Yes, I do have tickets from the K-Skum Abu Trivia Contest. What nickname Abu are the tickets under, please? Ah, yes, here's your nickname Abu on the list. How else may I be Abu of Service? Vor allem den Ginglitz auf so einen Spitznamen, ist klar. Wenn sie den echten Namen schon genannt hat. Naja. I'm going to check out the beautiful lobby. Goodbye. Have a nice evening, Abu. Dann würde ich mal sagen, gebe ich den einen Ticket schon mal an Ray. Whatever. So. Ja, und ich glaube, da könnte ich mit Delores schon mal reingehen, ne? None shall pass without showing me their ticket first. Oh, and welcome to ThimbleCon, of course. Here's my ticket. Thank you. I'll take the tickets for your friends while you're here. Saves time so you can live long and proper. Yeah, prosper. Okay, hat gleich alle genommen. Wait a minute. Jetzt sind die anderen Tickets noch. Here's my ticket. Thank you. I'll take the tickets for your friends while you're here. Saves time so you can live long and proper. Yeah, prosper. Okay. Gut, jetzt sind wir hier drin. Gucken wir kurz, wie spät wir es haben. Ja, ich glaube... Pew, pew, pew. Na, mal mit. Ich muss mal kurz wechseln. Ja. Ich denke, es ist Zeit, die Folge zu beenden. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge mit dabei sein würdet. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Bleibt gesund und munter. Und bis hoffentlich bald. Ciao und macht's gut. Ciao und macht's gut.